13 Leute, ich wollte nicht auf dem Haus noch parken, aber... Das dauert ja jetzt auch noch ewig, dann werden noch die Kinder umgefahren. Nein, aber weißt du, was ich vom Assozial finde, Thorsten, hast du da oben einen Parkplan, ist weggefahren, hat sich hier auf dem Zuhloch gestellt. Das ist doch richtig. Wow. Ey, wer hätte uns eigentlich jetzt hinter das Auto gestellt? Ja, das mit Kühlschrank reißen. Wow, wieder beschleunigt. Oh, das ist ja wirklich... Ja. Weiß. Weiß. Wollte, ich lasse den Zustand an dieser Schule hier. Das ist von mir.